UNTERTITELUNG Sie sind auf der Liste. Ich habe etwas, das Sie für mich übersetzen müssen. Ist das... Nicht jeder ist zu solchen Erfahrungen gewachsen. Wann standen Sie das letzte Mal unter Stress? Zählt jetzt? Wir brauchen Antworten, so schnell wie möglich. Was wollen Sie? Wo kommen Sie her? Bist du bereit? Ich weiß nicht. Ja, das war kein Traum. Was passiert jetzt? Sie treten in Erscheinung. Oh mein Gott. Wie viele? Wir sind eins von zwölf. In unserer Welt gibt es nicht den Einranführer. Es ist nicht möglich, nur mit einem zu verhandeln. Wie klären wir Ihre Absichten? Ich gehe noch mal rein. Ich muss Ihnen wohl nicht sagen, dass Sie sich selbst in Gefahr bringen. Jetzt haben wir uns angemessen vorgestellt. Ihr müsst alle zusammen daran arbeiten. Ich habe das Gefühl, dass alles, was passiert, mit uns beiden zusammenhängt. Ich weiß, was das ist. Was steht da? Waffe anbieten. Ich brauche keinen Dolmetscher, um das zu verstehen. Wir wissen nicht, ob Sie den Unterschied verstehen zwischen einer Waffe und einem Werkzeug. China hat gerade gedroht, Ihre Muschel zu zerstören. Was immer Sie machen, Frankreich und Korea werden folgen. Das könnte globalen Krieg bedeuten. Wir müssen mit allen Orten reden. Wir müssen einmal zusammenarbeiten. Uns bleiben 15 Stunden, bis die Hölle losbricht. Träumst du in Ihrer Sprache? Ich weiß, warum Sie hier sind. Was zum Teufel tut sie da? Vertraust du mir? Verstehen Sie es, war es auf sie hin. Dr. Bästia